Das ist Gießen. Eine Stadt, die mal eine Straßenbahn besaß und auch heute noch über ein beeindruckendes Netz von Eisenbahnen verfügt, die hier zusammenlaufen. Obwohl auch hier jahrzehntelang Bahnstrecke für Bahnstrecke zerstört wurden. In Hessen insgesamt 80 Prozent aller Gleiskilometer. Doch heute ist Gießen eine Autostadt. Der Anlagenring um die Innenstadt und ein äußerer Autobahnring erschließen mit den Verbindungsstraßen jeden Winkel der Stadt. Asphaltflächen, große Kreuzungen, Parkhäuser und Stellplätze prägen das Stadtbild bis zum Beginn der kleinen Zone, die im Innersten den Fußgängerinnen vorbehalten ist. Eine Wende ist nicht abzusehen. Neue Industriegebiete im Stadtgebiet, ein Outlet-Center nicht weit entfernt oder der Ausbau der B49 Richtung Osten werden weitere Landschaften vernichten und neuen Verkehr erzeugen. Im aktuellen Baugebiet des ehemaligen US-Depots Richtung Röttgen hat die Stadt gleich zu Beginn gezeigt, dass sie weiter im Takt der Autokonzerne arbeitet. Zuerst das wichtigste Gleis und mittlerweile auch alle anderen Bahnstrecken wurden herausgerissen, um großen Fabrikhallen Platz zu machen. Während die Stadt im Internet mit dem Gleisanschluss wirbt, schafft sie Tatsachen für mehrere tausend Fahrten durch neue BewohnerInnen und Arbeitsplätze sowie etliche tausend Lkw-Bewegungen pro Tag. Der Autowahn geht ungebrochen weiter. Das geht anders. Wir fordern für Gießen die autofreie Innenstadt, ein enges und gutes Netz von Fahrradstraßen sowie den Nulltarif mit einer leistungsfähigen Regiotram, die über die Zugstrecken der Umgebung kommend künftig durch die Innenstadt fährt. Nulltarif mit Straßenbahn und ein enges Netz von Fahrradstraßen sind die beiden wirksamsten Mittel einer Verkehrswende. Ergänzt durch viele kleine Verbesserungen können sie Gießen aus der automobilen Umklammerung befreien, können Platz schaffen für ein buntes Leben, für Spiel, Kultur und Genuss auf den Straßen, für Wohnhäuser statt Parkhäuser und vieles mehr. Wir haben einen genauen Plan erarbeitet, für die Wende weg vom Auto hin zu einer lebenswerten Stadt, in der alle gleichberechtigt mobil sein können. Die Einrichtung von Fahrradstraßen hat bereits in einigen Städten, vor allen Dingen in Dänemark und Holland, aber auch im westfälischen Münster, zu einer Verschiebung des Verkehrsanteils auf circa 50 Prozent geführt. Radfahren ist dann das wichtigste Verkehrsmittel, so häufig wie alle anderen Verkehrsarten zusammen. Gibt es ein attraktives und dichtes Fahrradstraßennetz, folgt diese Verlagerung weg vom Auto. Was aber ist eine Fahrradstraße? Ein kleiner Clip aus Hamburg erklärt das. In Hamburg trifft man immer häufiger auf dieses Verkehrsschild, Fahrradstraße. Nur, was bedeutet das genau? Eine Fahrradstraße unterscheidet sich von anderen dadurch, dass Radfahrer Vorrang haben und die gesamte Straßenbreite zum Radfahren genutzt werden kann. So dürfen die Radfahrer auch nebeneinander fahren. Übrigens dürfen auch Autos und Lieferverkehr rein, aber nur, wenn unter dem Verkehrsschild Fahrradstraße ein entsprechendes Zusatzschild angebracht ist. Autos sind aber trotzdem nur Gäste auf der Fahrradstraße und dürfen auch nebeneinander fahrende Radfahrer nicht drängeln. Was in jedem Fall für alle Verkehrsteilnehmer gilt, ist Tempo 30. Die Straße wird so gestaltet, dass der Verkehr auf der Fahrradstraße Vorrang hat. In Hamburg zum Beispiel werden dafür die Einmündungen zu Gehwegüberfahrten umgebaut. Damit sind Fahrzeuge aus den Nebenstraßen wartepflichtig. Autos dürfen nur an ausgewiesenen Plätzen parken. So, wie man das bereits von der Tempo 30-Zone kennt, wird sowohl der Beginn als auch das Ende mit einem entsprechenden Verkehrsschild angezeigt. Insgesamt bieten Fahrradstraßen den Radfahrern deutlich mehr Sicherheit durch reduzierten Autoverkehr, Vorfahrt an Kreuzungen und Zufahrten sowie einen hohen Komfort durch einen guten Fahrbahnbelag und gewährleisten eine gute Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer. Damit ermöglichen Fahrradstraßen ein schnelles und konfliktarmes Vorankommen. Wir schlagen für Gießen ein dichtes Netz von Fahrradstraßen in den Wohngebieten mit Verknüpfungen zum Umland und schnellen Verbindungen in die Innenstadt vor. Die zentrale Radverbindung soll auf den inneren beiden Spuren des Anlagerings geschaffen werden. Dann können RadlerInnen in direkter Nähe zur Innenstadt in beide Richtungen fahren, je Richtung eine Spur. Die Autos nutzen nur noch die äußeren zwei Spuren von Nord-, West-, Süd- und Ost- Anlage, auch jeweils eine pro Richtung. Durch die Innenstadt führen einige weitere Fahrradstraßen, die nahe dem Marktplatz kreuzen. Das Netz der Fahrradstraßen ist das Rückgrat einer Wände vom Auto zum Fahrrad. Unsere Vorschläge verbinden alle Stadtteile und wichtigen Zentren untereinander. So haben wir zum Beispiel auch direkte Routen zwischen den großen Unistandorten ausgewählt, ebenso zu Schulen, Kliniken und so weiter. Rundherum braucht es weitere kleine Maßnahmen, bessere Abstellmöglichkeiten, Leihfahr- und Lastenräder, gute Ausschilderungen und so weiter. Außerdem wollen wir die FußgängerInnenzone vergrößern. Einmal auf die gesamte Innenstadt und zudem als Flaniermeile auf den bisherigen Straßen entlang der zu renaturierenden und mit breiteren Naturuferzonen neu zu gestaltenden Wissegg zwischen Lahnstraße und Schwanenteich. Der bisherige Auto- und Fahrradfreie Bereich im Seltersweg wird über die beiden westlichen Fahrspuren der Frankfurter Straße dabei die neue Flaniermeile kreuzend bis zum Bahnhof verlängert. Wir wollen die Regiotram in Gießen. Das sind Züge, die außerhalb der Stadt auf den vorhandenen Schienen das Umland anbinden, in der Innenstadt aber auf neuen Gleisen fahren, um Menschen nicht nur zum Hauptbahnhof, sondern zu allen wichtigen Orten der Stadt zu bringen. In Kassel und Karlsruhe wurden solche Konzepte schon verwirklicht. In Gießen ist das besonders erfolgversprechend, weil die Stadt über ein sternförmiges Schienennetz verfügt, welches durch die Reaktivierung der Lumnatalbahn noch verdichtet wird. Unser Vorschlag? Zwei Hauptlinien, die sich im Zentrum kreuzen. Die Ost-West-Linie führt von Grünberg über die Vogelsbergbahn mit mehreren neuen Haltestellen am Neubaugebiet alter Flughafen des Ex-US-Depots vorbei auf die Grünberger Straße, deren Sanierung ohnehin bevorsteht. Das kann der Startschuss für die Straßenbahn Richtung Berliner und Marktplatz und dann weiter über die Rottheimer Straße nach Heuchelheim sein. Optimal wäre die Weiterführung auf dem alten Bahndamm durch Lahnau nach Wetzlar. Die zweite Linie verläuft abwechselnd von Marburg oder aus dem Lumnatal kommend zum neuen Bahnhof Gießen Nord, dann auf neu zu bauenden Gleisen durch die Nordstadt ebenfalls zum Marktplatz, koppelt an der Frankfurter Straße wieder auf die dortigen Gleise und bedient zwei neue Haltestelle im Süden Gießens. Optimal wäre auch hier eine Weiterführung, zum Beispiel bis nach Putzbach. Außerdem sollten die Gleise ins Europaviertel auch für den Personenverkehr genutzt werden. Straßenbahnen können deutlich mehr Menschen transportieren als Busse. Daher braucht es den Mut, das Gießener Elend mit den Bussen zu beenden und die Mobilität auf die Schiene zu verlagern. Elektrobusse können dann Zubringerdienste zu den Haltestellen leisten. Bewährt sich das Verkehrsmittel, können von den zwei benannten Regiotramlinien zusätzliche Stichverbindungen gebaut werden, etwa nach Wisseg in die Weststadt oder zu Uniklinik und Naturwissenschaftscampus. Für letztere gibt es aber noch eine bessere, wenn auch auf den ersten Blick exotisch erscheinende Lösung, die Seilbahn. Denn mit ihrer Hilfe können alle Unistandorte untereinander verbunden werden, über Hindernisse wie die Bahn am Erdkauterweg hinweg. Seilbahnen sind schnell und kostensparend zu bauen, schaffen einen dichten Takt und brauchen kaum Fläche. Unser Vorschlag? Eine Seilbahn vom Bahnhof über die drei wichtigsten Unistandorte einschließlich Hauptmensa und Bibliothek bis zur augenblicklich ganz schlecht angebundenen Kreisverwaltung. Angesichts von Parkplatznot und wachsenden Studierendenzahlen hoffen wir darauf, dass die Uni selbst in die Umsetzung dieses Vorschlags einsteigt. Eine nicht zuletzt auch spannende wissenschaftliche Herausforderung und damit angemessen für ein zukunftsfähiges Campusmanagement. Damit nach einem solchen Ausbau viele Menschen auch tatsächlich das Auto stehen lassen, sollte die Innenstadt für Autos ganz gesperrt und der Nulltarif eingeführt werden. Von großer Bedeutung sind gute Verknüpfungen zwischen den Verkehrsmitteln und die Integration in die zu hoher Lebensqualität umgestalteten Stadtteile. Übergänge von Bus zu Bahn sollten direkt überdacht und barrierefrei sein. Ausreichend Platz für Fahrräder in zusätzlichen Waggons und ein dichtes Haltestellennetz sind hierfür wichtig. Kreuzungspunkte von Fahrrad- und Autostraßen erfordern besonderes Augenmerk. Mitunter, wie am östlichen Stadtrand auf der B49, also der Grünberger Straße, treffen sogar alle Verkehrsmittel aufeinander. Hier schlagen wir beispielhaft einen Kreisverkehr vor, der als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Das heißt, Autos dürfen Fahrräder nicht überholen. Die RioTram durchkreuzt den Kreisel und hat stets Vorfahrt, während alle einfahrenden Fahrzeuge die Vorfahrt achten müssen. Sichere Fußwege führen von den Haltestellen zu Wohngebieten und Schulen in der Nähe. Solcher Stellen sind viele. Sie erfordern einfühlsame Planungen, machen dann aber Gießen noch ein Stück attraktiver, unfallfreier und lebensfreundlicher. Beides zusammen, ein Netz von Fahrradstraßen und ein attraktives Nahverkehrsangebot zum Nulltarif, wird den Autoverkehr stark eindämmen. Das wäre der wichtigste Schritt, aus der Autostadt einen lebendigen Ort zu machen, mit umweltfreundlicher und sozial gerechter Mobilität. Auch wenn unsere Vorschläge viele der bestehenden Probleme lösen würden, nicht vergessen werden sollte, Verkehr einzusparen. Eine Politik der kurzen Wege, die Versorgungs- und Kultureinrichtungen in Ortzentren und Stadtteile zurückbringt, bildet die vierte Säule unseres Vorschlags zur Verkehrswende. Einem Plan, der nicht mehr länger nur das Schlimmste verhindern will und im Kleinen herumprockelt, sondern Leben und Bewegen, In- und Umgießen eine ganz neue Perspektive gibt. Wir freuen uns über eure Unterstützung und ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland. Gleichgewöhn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020